es ist ein wunderschöner morgen anfang war es bewölkt jetzt scheint die sonne und ich nutze die zeit um uns hier im garten insbesondere heute bei den miniaturbäumen also bei den bonsai mitzunehmen zu sehen was sich so zeigt entwickelt auch sehr schön zu sehen ich hoffe ich krieg es einigermaßen drauf hier auch die hummeln die mögen den lavendel sehr und hüpfen hier von einer blüte zur anderen holen sich den pollen und den nektar und bestäuben die blüten damit sie samen tragen können ja das ist so schön anzusehen mit dem lavendel okay im reich der miniaturbäume möchte ich euch heute ganz herzlich begrüßen die sonne scheint es ist muckelig warm angenehm und ich freue mich auf diesen tag ja denn wenn die sonne schon begrüßt und es ist wirklich ein sehr schönes wetter ein ganz kleines lüftchen weht und ansonsten ja einfach toll anzusehen wie die klamotten sich dieses jahr hier entwickeln und das nehmen wir heute noch mal gemeinsam mit das eine oder andere praktische machen was vielleicht auch ich würde sagen wir fangen sofort an denn ja es juckt mich es juckt mich einfach hier rum zu gucken und euch gemeinsam auf die reise hier ja in dem miniatur wonderland mitzunehmen die brennesseln die du im vordergrund siehst hier ja die werden die tage auch eine rolle spielen denn brennesseln sind ein super food und nicht nur für uns menschen ja genau du hast schon erraten wahrscheinlich richtig auch für unsere garnelen und wir haben hier ich sag mal brennesseln die siehst du nicht überall ja denkst wahrscheinlich auch wieso brennessel ist doch brennessel nee nicht ganz aber da gehen wir später drauf ein also in einem anderen film jetzt geht es erstmal um die miniaturbäumchen es ist einfach unglaublich schön dieses jahr es ist fantastisch so pass mal auf ich habe jetzt weil wir einiges an regen hatten den ein oder anderen baum bäumchen wie auch immer schon mal mit dem novatec dünger die ich letztens auch schon mal vorgestellt habe gedüngt das sieht man hier an diesen körnchen hier sind auf der fläche das ist 20 körnchen sein mehr nicht aber doch dann dass die pflanzen auch gut versorgt sind wenn es eben mal längere zeit regnet das ist dann auch schon mal von vorteil muss ja nicht bei jedem baum machen hier habe ich beispielsweise gemacht bei unserem ahorn aber darum geht es jetzt erstmal nicht das geht ihm soweit ganz gut muss ich sagen richtig klasse das interessante bei dem bergahorn übrigens ist warte mal ich drehe mal eben wenn ich das jetzt mit einer hand hin bekomme wir hatten hier mal eine ganz dicke ganz dicke wunde die von alleine irgendwo her gekommen ist da siehst du sie und die verschließt sich richtig rasant dieses jahr muss ich sagen also das war jetzt habe ich dummerweise kein bild von ja vom früher aber ich denke mal man kann es erkennen dass hier ja also enorm wachstum gegeben ist also an dem stamm selber schon mal das ist eine richtig coole sache muss ich sagen und auch richtig cool anzusehen wie sich das im laufe dann ja der jahre entwickeln wird so ok jetzt geht es erst mal um diese linde was macht diese linde jetzt so besonders dass ich sie präsentiere ja du kennst die geschichte schon hier in diesem körbchen und das ganze steht im wasser im anstau kontinuierlich aktueller wert 900 mikrosiemens per arbeit knapp über sieben das ist soweit ok aber wir gucken schon dass wir im pervert leicht unter sieben bringen auch hier bei der linde das machen eigentlich allgemein bei allen pflanzen sie wächst wunderbar muss ich sagen also richtig klasse ich hole jetzt auch mal raus hier dann können wir nämlich auch die wurzeln sehen die jetzt hier kräftig herauswachsen also es geht ihr hier ich sag's mal so in der anstau wasser kultur richtig gut muss ich sagen also wirklich klasse das ist so genial anzusehen dass das wie rum war das jetzt muss ich mal eben gucken ich stelle mal so ungefähr müsste es gewesen sein es ist eine fantastische sache auch hier mit dem fibotherm gemischt mit etwas kokoserde und das funktioniert genial muss ich sagen also es ist fantastisch was alles möglich ist im reich der pflanzen so wie gesagt pervert ist knapp über sieben das heißt ich gieße jetzt einfach mal hier ein bisschen regenwasser dazu dann bringen wir den wert so ein bisschen runter und dann ist soweit ok eins darf man nicht vergessen bei der ganzen geschichte hier hier verdunstet natürlich sehr viel wasser und von daher muss man hier mit dem düngen bisschen aufpassen weil die werte natürlich wenn das wasser verdunstet steigen wenn die pflanze das nicht verbraucht da muss man schon ein bisschen darauf achten insgesamt bei der ganzen thematik also nicht überdüngen jetzt ist der wert hier natürlich anders jetzt sind hier keine 900 mehr drin logischerweise denn wir haben ja wasser dazugegossen wir sind jetzt bei knapp 400 mikrosiemens angekommen also haben wir das ganze verdünnt in dem sinne und wie gesagt es verdunstet jetzt bei der wärme sehr viel wasser heute wird es auch wieder schön warm nicht heiß und richtig schön warm also in deutschland ist das wetter jetzt die nächsten tage richtig klasse auch nicht ganz so stark sonnig viel bewölkt auch trotzdem waren knapp 20 über 20 grad je nach region logischerweise meistens berlin ja viel heißer als bei uns interessanterweise ja wahrscheinlich gibt die stadt so viel wärme ab aber okay ist nur eine wahrscheinlichkeit ich weiß es nicht genau weil ich kann da nicht hinfahren und mal eben checken aber insgesamt auf jeden fall ja eine sehr interessante thematik hier mit der anstauwasserkultur mit der linde was war sonst letzten jahre mit der kastanie gemacht hatten und wir sehen also auch bei der linde funktioniert das es wird auch noch mit vielen anderen bäumen funktionieren es ist auf jeden fall eine sehr interessante thematik insgesamt denn das könnte man so wie es jetzt ist auch in groß machen auch mit größeren bäumen in dem sinne töpfchen mit löchern gitter wie auch immer teichkörbe und so weiter gibt es alle verschiedenste möglichkeiten und von daher das mal so am rande mitgenommen damit du vielleicht auch mal die eine oder andere idee auf die idee kommst überwinterung ist das problem bei der ganzen thematik hier ich habe die kastanie damals mal draußen stehen lassen hat funktioniert war aber nicht optimal ganz klarer fall denn weil die wurzeln natürlich auch teilweise wieder absterben und im frühjahr müssen sich erst wieder neue wurzeln entwickeln hat aber funktioniert hat funktioniert den baum gibt es auch übrigens immer noch aber er hat eben nicht sehr viele wurzeln ausgebildet weil auch wenig raum und der war schon recht dick geworden hier in diesem körbchen aber es hat funktioniert ich hole mal kurz denn es steht ja auch hier unten rum es steht noch ein bisschen geschützt hier unter der bank weil er nach wie vor nicht besonders viele wurzeln hat ich werde gleich noch mal nachgucken wie es denn jetzt aussieht so muss jetzt mal vorsichtig runternehmen hier also das ist dann die kastanie die du jetzt nur teilweise siehst ich stelle das schälchen mal eben zurück hier auf die bank das ist übrigens eine bank aus lerchenholz gebaut hier denn die ist ein bisschen widerstandsfähiger als fichte oder kiefer ich drehe das mal ein bisschen höher so kann man das bäumchen ganz sehen also wir sehen er ist gewachsen in diesem jahr nachdem wir ihn rausgeholt haben aus dem körbchen und hier eingepflanzt haben aber er ist eben nicht sehr stark gewachsen aber sieht gut aus hat schöne kräftige farbe also ist auch gut versorgt allerdings wird der eigentlich nicht gedüngt er bekommt ab und zu mal ein paar tropfen von dem was vom bodest so runter tröpfelt von den anderen pflanzen aber ansonsten nicht gezielt gedüngt weil wie gesagt es war bisher noch nicht wirklich wurzel zu sehen ich werde hier mal ein bisschen buddeln in ruhe mal gucken wenn wir was sehen zeige ich es euch wenn nicht dann eben nicht rausziehen möchte ich jetzt nicht okay ich habe mal ein kleines bisschen freigebuddelt um jetzt auch gewissheit zu haben was sache ist ob er jetzt anfängt wurzeln zu machen oder nicht und ja er macht wurzeln ich denke mal das kann man ganz gut erkennt schon hier mit so kleinen feinen wurzelchen die dort entspringen die saugwurzeln auch hier oben aber da müsst ihr jetzt aufpassen die dürfen nicht abbrechen deswegen buddel ich jetzt nicht noch mehr hier rum ne das lassen wir jetzt so ich schiebe das wieder zu und gieße da einen schluck wasser eben drüber und dann warten wir der dinge die da weiter sich entwickeln werden ja interessant ist eben auch ich zeige noch mal anders das ist solch ein körbchen in dem der baum drin gestanden ist damals ne also wenn wir uns jetzt den stamm mal angucken dort war schon recht eng geworden hierfür das bäumchen aber es hat funktioniert das ist eine total klasse sache vor allem dass wir ihn klein und kompakt halten konnten und er trotzdem hier dicken wachstum gemacht hat also das ist schon richtig klasse anzusehen da haben wir wirklich ein miniaturbäumchen auch vom habitus her schon mal recht interessant ich kippe das mal eben noch mal so ein bisschen wo man das stück zurücksoomen kann nee andersrum so jawohl dann sehen wir noch mal ganz ne hat also schon eine schöne krone ausgebildet also das hat wunderbar funktioniert auch hier in der thematik mit den knospen herausnehmen wir hatten allerdings auch rückschnitt mal gemacht aber schon etwas größer geworden hier oben das hat auch gut funktioniert verheilt auch sehr gut muss ich sagen das sieht schon mal gut aus klasse aus richtig genial und wie gesagt wir haben eine schöne kleine kompakte kastanie und nächstes jahr wird das dann noch mal interessanter wenn er schön eingewurzelt ist und kräftiger wachsen kann aber auch hier werden wir im frühjahr wieder die knospen zurücknehmen um ihn halt klein zu halten also wir wollen nicht sondern schön kompakt halten und trotzdem haben wir einen schönen kleinen dicken stamm hier erzielt das ist eine richtig klasse sache in der thematik auf jeden fall vor allem die versorgung ist auch relativ einfach jetzt in dieser in diesem system also wasser anstau in diesem gittertöpfchen weil man da eben mal schnell nachmessen kann hier musste wieder durchspülen und dann hast du mehr oder weniger einen anhaltspunkt oder einen schätzwert aber nicht den genauen wert das ist halt so weil du kriegst ja nicht alles rausgespült was hier drin ist logischerweise aber du bekommst was unten raus fließt schon kriegst du einen anhaltspunkt ob der pha zu hoch ist oder zu tief ist ob zu wenig nährstoffe oder zu viel nährstoffe und von daher kriegt man schon einen anhaltspunkt aber den genauen wert natürlicherweise nicht aber im wasser kriegst du das natürlich eher logisch irgendwo und das ist schon mal interessant dass man also aus einem baby einem sämling dann einen baum heranziehen kann in der art und weise also das ist eine ganz tolle sache ja okay einfach mal selber machen ich lange lachen weiß bescheid und dann nimm deine erfahrung mit das ist richtig klasse das macht so viel freude sowas zu beobachten und heraus auch zu lernen okay es geht weiter so wir kommen jetzt zum weißdorn denn endlich endlich wächst er richtig hat ja nur ewigkeiten gedauert also der hat extremst gelitten wo dann es lag weiß ich nicht ich habe ja auch das letzte und vorletzte jahr nicht so genau gecheckt ja ist so ne und ich bin gerade dabei das so ein bisschen freizulegen hier um mal zu sehen wie die wurzeln sich dann dementsprechend jetzt zeigen dass wir das mal kurz noch mal augenscheinlich sehen können aber wirklich ganz vorsichtig ne und das ist jetzt auch gut nass muss ich sagen von daher riskiere ich das einfach mal ansonsten würde ich auch riskieren aber dann sofort wasser drüber auch mehr machen wir nicht mache ich jetzt nicht und dann gucken wir uns das mal ein bisschen näher an wie sich das dann jetzt auch zeigt hier werden allerdings nichts dran schneiden gar nichts auch wenn jetzt lange triebe herauswachsen der baum muss wurzeln machen das kann er nur wenn er auch ordentlich laub ausbildet ist im prinzip sagen wir mal ein großer großer steckholz großes steckholz in dem sinne also er hatte so gut wie keine lebenden wurzeln mehr aber er hat es gepackt er hat es gepackt und das ist das worauf es ankommt nicht gedüngt ganz wichtig nicht gedüngt absonnig auf gar keinen fall sonne und geduld haben geduld 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 hat jetzt einige monate gedauert wir haben jetzt mitte juli und ich würde sagen gerade jetzt ist der wurzelwachstum richtig in gange und das auch noch mal zur thematik abmosung also ist tatsächlich besser wenn es wärmer ist macht nicht viel sinn also zu früh anzufangen mit abmosung weil es ist einfach zu kalt und die wurzeln entwickeln sich am besten wenn es warm ist okay jetzt kann man auch sehr schön sehen also richtig vital das bäumchen treibt richtig klasse aus und das hat ja nur echt ewig gedauert auch guck mal wie schön der himmel ist wunderbar so obwohl der baum ja nur echt schon einige jahre in vorbereitung ist war ist eigentlich noch so dann gucken wir uns mal die wurzeln an wir sehen hier ein siehst du nicht immer zum zeigen damit ich nicht so in die sonne packe hier ist eine wurzel das ist eine ältere die wir sehen auch die schwarz also da hat sich mit sicherheit auch nichts mehr daran entwickelt die ist putt in dem sinne bis hier ist aber nicht so tragisch denn der baum macht tatsächlich hier aus dem herzen heraus fängt er an neue wurzeln auszubilden das kann man auch hier sehr schön sehen überall kommen viele feine saugwurzeln raus und das ist jetzt der anfang des ganzen und deswegen ganz wichtig nicht zu früh düngen ne das ist dann kontraproduktiv dann gehen ja kann der baum einfach keine wurzel machen weil zu salz gehalte verträgt er nicht die wurzel nicht ne und dann gehen die wenn selbst wenn sie sich entwickeln sofort wieder kaputt von daher so dann will ich das schnell noch mal angießen damit die feinen saugwurzeln auch ja kein schaden nehmen dass wir da auch mal einen einblick bekommen haben ja wie es aussieht und vor allen dingen wie lange es dauern kann bis man solch ein baum ja effektiv gerettet hat geduld 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 und vor allen dingen ja nicht verzweifeln ich dachte schon er wird es nicht schaffen aber jippie jay er hat es dann doch geschafft gott sei dank meine güte ist ja nur auch so ein bäumchen was schon viele viele jahre begleitet ja siehste wollen hat erst gepackt aber er bleibt immer noch so ein bisschen geschützt unten stehen steht da unten da kommt er jetzt auch wieder hin morgens bekommt ein bisschen sonne und ja das ist okay siehste wohl aber auch hier mit dem wir warten einfach noch ich mache jetzt gerade meinen kleinen rundgang und sehe die weide ist mal wieder traurig so ich habe mal eben schnell noch ein bisschen wasser reingegossen mit der gießkanne die kriegt aber gleich noch wesentlich mehr obwohl es gerechnet hat ist schon hammer was die weide oder beide allgemein am wasser weg ballern aber dafür sind die auch bekannt das sind auch so ja pflanzen die gerne nass stehen so mammut baum macht sich nach wie vor richtig prächtig muss ich sagen ein schönes kräftiges grün der kriegt gleich auch noch mal extra wasser so und jetzt das hier da steht die linde die steht jetzt ganz woanders ich habe sie hier oben festgemacht damit sie mir nicht umfällt und die hat einen anderen standort die steht jetzt da eigentlich steht sie da oder stand sie immer wieso steht sie jetzt da also ich habe die da nicht hingestellt entweder ist hier ein elefant durchgerannt oder keine ahnung spuren im sand kann ich nicht sehen weil es geregnet hatte also ja vor allem die klamotten schwer die kann ich einfach mal vom wind an die seite geschoben worden sein das geht nicht vor allem ist das oben ja festgemacht das ist ding dann möglich kann da unten kann ja der wind nicht so lang ballern dass das ding da mal eben darüber geschoben wird also das ist jetzt aber auch eine sache die ich nicht wirklich verstehe muss ich sagen nicht wirklich ja okay so muss man dann doch immer wieder mal erst mal einen rundgang machen grundsätzlich durch den garten auch mal denkt ach man muss ja nicht weil ist ja alles nass und alles ist okay aber wie du siehst ja so ist das so kartoffeln dürften bald erntereif sein die fangen jetzt an ja von innen sich auszulichten gelb zu werden machen wir auf dann gucken wir mal eben kurz ob ich vielleicht doch irgendwo was sehe hier weil noch war keiner im sandkasten kommt das denn dahin leute geht ja gar nicht so ja ich sehe nix ich sehe nix hier ist eine brennessel sind keine spuren zu erkennen ganze art und weise hier ist schon phänomene wie kann so ein großer topf einfach mal die seite geschoben werden also das ist jetzt crazy muss ich sagen muss ich nicht verstehen verstehe ich auch nicht ganz ehrlich ja okay so ist das dann eben manchmal so hier brauchen wir erstmal noch nicht gucken hat mir erst geguckt da ist alles noch okay soweit da sehen wir auch keine veränderung eben bei den tomaten vorbeigucken ja ich weiß mit dem bonsai nichts zu tun aber trotzdem die blühen jetzt so wunderschön so richtig klasse waren so schöne große blüten das erinnert ja schon bald an so kleine sonnenblume richtig klasse irgendwo habe ich hier auch schon eine tomate gesehen aber die sieht man jetzt so nicht so deswegen sind wir eigentlich hier die erle hier im hochbeet wächst prächtig kräftig macht auch schönes dicken wachstum immer ein bisschen tiefer so dass auch was sehen können die macht schönes dicken wachstum richtig klasse so die weide die zickzackweide wächst wunderbar auch die anderen die saalweide wachsen richtig klasse jetzt also die schießen echt enorm bei denen geht es richtig gut kapok mal eben gucken wie stecklinge aussehen ja die sehen auch gut aus nach wie vor das ist okay soweit ich werde nachher noch mal ein bisschen was drüber legen hier weil wenn die sonne so bald was sind ja steckis wäre das nicht so gut da ist sowohl da ist die tomate lasst dich kaputt in eine tomate ich sehe jetzt aber gerade gar nicht im bild muss in den finger hinhalten da da müsste sie sein ja die sonne scheint jetzt ins display die erste tomate wächst zumindest schon mal ist ja auch schon mal was ne so die explodiert jetzt auch die tomate hier im hochbeet das ist auch interessant die ist jetzt doppelt so groß geworden in der kurzen zeit seitdem ich das letzte mal gefilmt habe aber das nur nebenbei so wie sieht es hier aus spitzahorn nach wie vor richtig klasse hat eine interessante farbe hier oben bekommen sehr interessant ja so ist das manchmal da machst du nix aber eine schöne kräftige farbe das bäumchen also richtig klasse ja sonst ist alles okay da unten alles easy auch hier bei dem bäumchen mal kurz geguckt von unten kommt nichts gewachsen aber hier oben oder die baldfee das ist genau unser maulbeerbaum unser maulbeerbaum so die linde nach wie vor macht sich prächtig richtig klasse ohne probleme nach wie vor wird nicht gedüngt auch hier die birke noch mal gezeigt die explodiert jetzt auch richtig klasse kommt auch hier unten richtig kräftig herausgewachsen also das ist schon richtig genial auch hier oben jetzt und hier überall kleine austriebe ja okay wieso ist der baum gewandert ey das ist jetzt aber auch ein ding und du man erlebt ihnen mal wieder mal phänomene die man echt nicht versteht so da brauche ich jetzt nicht hingehen weil ich wollte einmal kurz nach hinten gehen bevor wir gleich wieder zum arbeitsplatz gehen sagen wir mal podest ich weiß nicht was hier los ist wir gucken einfach mal gemeinsam ach du meine güte ich muss rasen mähen ich muss rasen mähen ja viel zeit das wächst so gut jetzt alles bei dem wetter das ist der hammer so mammutbaum mit der sicoria glypto stroboides den wir hier zusammen gewickelt haben sehen klasse aus richtig gut unsere fichte macht sich prächtig der austrieb hier oben ist am ausreifen der wächst nicht weiter und das ist natürlich genial muss ich sagen das ist richtig klasse so rückknospen funktioniert nach wie vor hier sind auch überall dicke knospen überall die kann man jetzt nicht so gut sehen aber das sind halt so ich sag mal punkte die der baum entwickelt für nächstes jahr zum austrieb richtig klasse muss ich sagen also das ist schön so die leben immer noch wenn sie keine wurzeln haben ist also ja so wie sieht es mit dir aus hier nach wie vor erlebt wollen wir gucken abwarten abwarten wie sieht das mit den findlingen aus und die brombeeren die schießen jetzt aber auch überall durch die gegend holler die waldfee so oh ja das sieht gut auf hör mal auf ich weiß aber nicht ob wir das jetzt so drauf kriegen ich muss erstmal genau gucken ich zoome mal eben ein stück näher dran kann man das erkennen da kommen jetzt grüne knospen gewachsen da wo ist mein finger da siehst du da ja er kommt auch das ist eine heimbuche hier da ist eine heimbuche die war ja sogar schon letztes mal wachsen die kommt ja gut muss ich sagen richtig klasse auch hier wird das fängt das an jetzt grün zu werden alles also das hat funktioniert ja ehrlich sowieso ne das ist die ganze zu jeder jahreszeit irgendwo ausbuddeln und einpflanzen das ist überhaupt kein problem die sind so hart im nehmen die dinger das ist so crazy so dem geht es auch gut hier der amerikanischen eiche bei dem kann ich noch nichts erkennen die heimbuche hinten hinter die sie gut aus hier und auch die buche nach wie vor sie rotbuche macht sich ja ich sag mal so sie wächst noch nicht mehr aber ihr geht's gut also das mit dem einwurzeln klappt hier ganz gut muss ich sagen so dass wir hier mal einen kleinen überblick haben wie das aussieht ja ok rasenmähen das mache ich dann spät nachmittag abend dann ok ok dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück so weiter geht's mit den kleinen bäumchen ist schon interessant wie kann so ein baum einfach von unten her weggeschoben werden da muss irgendjemand einen hechtsprung gemacht haben oder keine ahnung so ok also wir kommen jetzt zur linde hier machen immer wieder was gemeinsam dran das werden wir auch heute weil es sind so ein paar triebe die schon wieder länger herausgewachsen sind und er soll kompakt und klein bleiben und von daher gehen wir hier regelmäßig dran hier brauchen wir keine opfer äste raus wachsen lassen er soll auch nicht immens dicker werden oder so er soll so schön klein und kompakt bleiben und von daher gehen wir da auch gemeinsam dran nass ist die ganze geschichte noch hier die habe ich übrigens nicht zusätzlich gedüngt jetzt das mache ich wirklich nur bei bäumen wo ich weiß die brauchen mehr nährstoff als andere oder aber sie haben nährstoffmangel wenn es eine lange zeit regnet und wir flüssig dünger verwenden der wird ratzfatz wieder rausgespült und dann nehme ich einen festen dünger der so ja mehr oder weniger langsam mit dem wasser dann in substrat kommt und aufgenommen werden kann von den wurzeln das mache ich aber nicht nur weil das auch riskant sein kann wiederum bei bäumen die nicht ganz so viele nährstoffe brauchen oder aber wenn sie jetzt richtig heiß wird und lange zeit gar nicht regnet wenn man dann solche dünger verwendet kann es durchaus sein dass es dann auch zu wurzelverbrennung kommt das ist so ich mache das mal so mal so so angepasst sagen wir es mal an das wetter in dem sinne aber auch da Thema düngung gibt es noch ganz andere methoden die meisten werden es ja auch schon wissen man kann auch organisch düngen aber das ist so eine sache da weiß ich ja nie so genau was wird abgegeben deswegen mache ich das nicht okay also so ist dann gehen wir heute an das bäumchen dran hier oben gucke ich gerade mal ja den können wir auch zurücknehmen hier weil das ist sowieso jetzt so eine herausforderung hier oben weil das ja noch schmaler bleiben sollte oder kleiner bleiben sollte als der untere bereich und gerade im oberen bereich sind die bäume ja angerichtet von sich aus groß schnell nach oben zu wachsen das ist nun mal so gegeben von der natur von daher muss man hier rechtzeitig eingreifen dass es nicht zu dick wird und von daher nehmen wir hier den zurück auf ungefähr 1-2 cm so dass 1-2 Augen dran stehen bleiben hängen bleiben in dem sinne so okay dann gehen wir jetzt nach unten und gucken mal das sieht soweit noch okay aus können wir mal ein kleines Stück zurücknehmen so hier wächst jetzt einer nach oben was nicht gewollt ist den haben wir auch schon mal zurückgenommen und in dem zuge nehmen wir den jetzt auch nochmal zurück muss ich dich jetzt ganz nah dran holen ne nicht unbedingt pass auf ich gucke mal gerade so hier rein das sieht soweit okay aus so hier vorne ist aber doch schon recht weit heraus gewachsen wir dürfen auch dementsprechend ein bisschen mehr wegnehmen nochmal gucken so dale okay auch hier lassen wir nur ein bisschen stehen weil er wird halt durch Verzweigung aufgebaut nach und nach also nicht einen langen Ast wachsen lassen und raten sondern hier wird durch Schnittmaßnahmen das ganze gesteuert das Wachstum ne und dementsprechend bekommt man dann später ja interessantere Äste die dann halt verzweigt sind und wenn die dicker werden wiederum sich das weiter verzweigt der sieht interessanter aus also wenn du eine lange Stange hast die du ein bisschen ratest und dann ein bisschen biegst das sieht wesentlich interessanter aus wirklich so okay in der Natur geht auch keiner hin und ratet die großen Bäume so der wächst nach oben den nehme ich auch mal ein kleines Stück zurück den nehmen wir auch noch ein kleines Stück zurück hier unten und dann haben wir das schon fast durch oben ist noch ein ein Nähr den hatte ich schon mal zurückgenommen hier der Knosp wird wunderbar zurück so dann bleibt hier vom Seitenast auch nur eine Knospe stehen der wird auch hier bald wieder heraus wachsen die Knospen schwillen schon an das ist aber okay die sind jetzt nicht so groß wie bei der letzten Linde die wir damals oder vor kurzem gemeinsam zurückgenommen haben wo wir die Knospen herausgebrochen haben da können wir vielleicht gleich auch noch mal gucken wie das dann jetzt schon aussieht oder sich entwickelt hat ja ich glaube das ist jetzt soweit okay mehr braucht man nicht machen und man sieht auch hier oben er wächst also wirklich richtig kräftig raus ich wollte mal eben gucken ob ich das noch mal ein bisschen besser dran kriege hier mich dahinter stellen damit man das auch sehen kann so so noch mal ein bisschen kippen so jetzt steht mein Hals im Weg so ne also der wächst hier richtig kräftig hier oben überall das ist halt der Baum will das er will einfach in die Höhe wachsen ne aber nein er darf das nicht ist so wir machen hier Baumkontrolle Wachstumslenkung okay das ist jetzt die Linde wo wir letztens gemeinsam die ja Triebknospen die ganz am Anfang sind herausgebrochen haben damit der Baum eben nicht weiter in die Länge wächst und das Wachstum wie soll man sagen gedrosselt wird ne dadurch dass wir die Knospen herausgebrochen haben versucht er jetzt woanders wieder neue Knospen zu entwickeln die dann wieder wachsen das dauert eine gewisse Zeit ne und von daher ist das Wachstum erstmal reduziert und verlangsamt sich hier und da wächst mal so ein kleiner Ast schon mal raus so wie hier ne den kann man dann auch schon mal wieder pinzieren einfach abnehmen weil wie gesagt auch hier Thematik er soll klein bleiben ne hier wird also kein Opferast oder sonst was gezielt mehr gewachsen lassen er soll also nicht unbedingt wesentlich dicker werden klar es ist auch schon schön wenn der irgendwann hier richtig schön dick ist ne aber das ist jetzt ein kleiner und er soll klein bleiben und von daher äh ziehen wir hier nicht drauf hinaus einen dicken Stamm zu kriegen sondern ist auch mal ein angepassten Stamm zum Kronenbereich oder der Kronenbereich angepasst zum Stamm wie man das auch sehen möchte ja okay ich will mal gucken ob wir das hier dran kriegen wie das aussieht mit der ja Rückknospen kann man auch hier sagen in dem Sinne wie sich das entwickelt hier haben wir unten immer noch Kalkablagerungen an den Wurzeln die gehen auch nicht mehr weg weil ich es damals einfach übertrieben habe mit dem Bergwasser und ja irgendwann 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 vielleicht in naher Zukunft verschwindet das auch dann werden die Wurzeln dicker dann platzt das ab und von daher belasse ich dazu ich putze jetzt nichts dran rum man könnte vielleicht mit der Zahnbürste so ein bisschen putzen aber weißt du was das regelt die Natur schon wohl alleine das muss jetzt nicht unbedingt gemacht werden in dem Sinne aber wir gucken mal eben an einem Ast wie das hier hier können wir sehr schön sehen wahrscheinlich wie das aussieht mit einer Rückknospen dann dementsprechend wo der Baum jetzt wieder anfängt zu wachsen das müsste man hier gut erkennen können hier ist jetzt ein Ast der kommt allerdings von unten gewachsen hier von da der wächst jetzt heraus ob wir keine Knospe abgebrochen haben und in dem Zuge können wir den aber auch mal eben pinzieren einfach so dass er nicht zu dominant heraus wächst und hier oben haben wir halt eine Knospe herausgebrochen und jetzt fängt die naheliegendste wieder an dick zu werden aber das ist erstmal okay soweit da brauchen wir nichts machen auch hier meine Knospe rausgebrochen und dementsprechend kommt jetzt diese Knospe wieder nachgeschoben die dann dementsprechend aufquellt ja ja sich halt entwickelt und dann der Baum dort weiter wachsen wird ich bin gerade am überlegen warte mal den nehmen wir weg wenn wir schon dabei sind jetzt dann nehme ich den weg denn ich möchte eh kein Wachstum nach oben haben hier klar kann man sowas drahten aber den nehmen wir einfach mal weg hier und dann ist gut und dann passt das soweit dann ist das okay genau das ist doch dann wesentlich einfacher hier war mal ein Rückschnitt gewesen wie du sehen kannst so wenn ich schon dran bin dann schneide ich das mal eben nach ja das ist okay der wird mit Sicherheit auch irgendwann verschwinden in dieser kleine Knubbel aber im Moment noch nicht ich sehe hier haben wir auch noch einen Rückschnitt mal gemacht schneiden wir den auch noch mal kurz nach so okay siehst du wohl ne das sind so Sachen die man jetzt mal machen kann das werde ich jetzt auch machen ne jetzt nicht nachher denn ich muss gleich nochmal weg auch hier können wir das sehr schön sehen hier kommt die Knospe jetzt nachgeschoben hier haben wir so herausgebrochen und dementsprechend entwickelt sich das weiter hier kommt sogar die zweite Knospe gleich mit angeschwollen so dann kann ich auch hier mal eben das ganze nachschneiden dann habe ich das soweit schon mal ready ne hier siehst du wohl okay man könnte hier auch nochmal jetzt reduzieren das nochmal ein Stück zurücknehmen genau machen wir auch na wie gesagt er soll nicht zu weit raus wachsen und dann was möglich ist zu reduzieren das machen wir dann halt auch okay und zunächst waren hier ist auch so ein Ast nach oben gewachsen erst haben wir ihn jetzt drangelassen aber hier zeigt sich auch dass wir also eigentlich schon eine gute Verzweigung haben und wir wechseln jetzt auch hier in diese Richtung weiter und von daher werde ich den oberen jetzt hier abnehmen so siehst du wohl ja das sind halt so Kleinigkeiten die man immer wieder mal machen kann dann mal ein Stück zurück zoomen hier so dale wir gucken ob wir hier etwas erkennen können hier kommt gerade ein neuer kleiner Ast raus gewachsen das ist okay das kann erstmal so bleiben hier wächst auch einer nach oben ne der hier da muss ich gerade mal eben reingucken aber ich würde sagen da nehmen wir erstmal noch nichts weg nein das belassen wir noch so hier ist ein kleines Stimmchen da nehme ich mal eben weg zapp das kann auch erstmal bleiben hier werden wir wohl drahten müssen irgendwann aber das kannst du jetzt nicht sehen ne ah wie kriegen wir das hin so vielleicht ja so ne also der wächst auch nach oben hier den müssen wir dann später mal runter bringen ne das liegt da dran weil er halt von hinten kein Licht bekommen hat und dann ist er halt nach oben gewachsen ne deswegen solche Bäumchen dann doch ab und zu mal drehen aber ich glaube ich hatte es auch schon erwähnt ne bei den Bäumchen hier selber dass wir den halt zu lange haben einfach mal so stehen lassen genauso wie der Ast auch hier ne das ist halt der aber ich zoome mal ein Stück zurück ne können wir gar nicht mehr lol dann nehme ich mal die Kamera ein Stück zurück ähm es stand ja so oder wie auch immer ich wies jetzt grad selber nicht mehr muss ich mal gerade gucken so genau so hier zum Licht gerichtet und hier halt Schatten im hinteren Bereich und deswegen sind die Äste hier dann nach oben gewachsen ne und der ist natürlich nicht so schön also hier müssen wir dann wahrscheinlich doch den einen oder anderen mal drahten dann aber nicht jetzt da gucken wir zum Frühjahr dann hin und entscheiden dann auch weil voraussichtlich so wie der zum Beispiel könnte tatsächlich weg weil hier unten ist noch ein kleiner Ast der sich entwickelt ne und dann kann der eigentlich hier weg genau pass mal auf das machen wir jetzt auch mal eben in dem Zuge ne genau siehst du wohl was geht durchschnitt was nicht geht irgendwann müssen wir auch mal drahten so wie der hier zum Beispiel also der ist natürlich jetzt extremst nach oben gewachsen hier ne so bei den kann man ja durch drahten kriegt man das dann nochmal hin ne dann müssen wir ein bisschen runter drahten hier so ne und so und das kriegen wir dann schon hin aber wie gesagt das brauchen wir jetzt nicht machen das machen wir dann zum Frühjahr hin ja ok ich guck mal ob ich noch was nachschneiden muss aber ich glaub das lassen wir jetzt erstmal so und weiter geht's ich muss gerade mal eine Pflanze versorgen und zwar hier unseren Blauregen denn der schluckt Wasser ohne Ende da musst du echt aufpassen ne also die ballern Wasser weg gut die haben ja auch jetzt extreme Blattmasse ne man sieht schon die Blätter hängen so ein bisschen dann ist dann spätestens Anzeichen dafür hallo Hilfe ich brauche Wasser ich brauche Wasser gib mir Wasser 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 noch mehr Wasser ne also der sollte jetzt auch mal einen Untersetzer bekommen wenn es jetzt so warm bleibt äh das auch so ein bisschen ein kleines bisschen Anstau steht so ein paar Stunden wenigstens ne das wäre schon ganz wichtig so der kriegt Wasser hier der kriegt auch Wasser hier die anderen erst noch nicht kriegen nachher weil ich muss jetzt gleich erstmal weg aber ich wollte eins gleich schnell noch gezeigt haben der muss auf jeden Fall was haben hier ja der Bergahorn der säuft auch Wasser ohne Ende das ist so crazy und wie gesagt der hat ja auch zusätzlich nochmal jetzt das Novatec bekommen ne da müssen wir auch schon aufpassen der kriegt auch was ah das ist so jetzt bin ich auch schon wieder so zwei Stunden zu Gange hier anfangs war alles noch nass aber jetzt fängt es an dass die ja Oberflächen zumindest schon mal abtrocknen ähm ja ich muss gleich weg das heißt ich filme nachher weiter aber eins wollte ich schnell noch gezeigt haben ich glaube den nehmen wir uns gleich auch nochmal äh ran es ist zwar noch kein Bonsai aber in der Thematik wird es wird es Bonsai geben davon hier habe ich jetzt gestern auch Novatec drauf gegeben und habe gerade mal Regenwasser durchgegossen um mal zu gucken wie das jetzt aussieht ich drücke mal eben an dann drücke ich mal auf Hold dann gucken wir mal kriegen wir das hin ja ne so ungefähr ne wir sind knapp bei 800 Mikrosiemens das ist okay jetzt hier der ist also gut versorgt weil wie gesagt Wasser durchgegossen ne und in dem Sinne haben wir das wieder verdünnt auch ne und von daher ist das soweit okay so pH-Wert würde mich jetzt dringend interessieren wir sind bei 6 doch das ist okay supi genau so sollte das sein ne und hier müsst ihr echt aufpassen wenn wir hier Kalkwasser dazugeben also Leitungswasser ist abhängig je nachdem wo du wohnst welchen Standort du wo du halt wohnst ne sieht das sehr unterschiedlich aus es gibt Leute die haben Leitungswasser die können damit gießen und den Pflanzen bekommt das die haben halt nicht so viel Kalk drin und es gibt Regionen wie bei uns hier da ist so viel Kalk drin da darfst du nur ab und zu mit Leitungswasser gießen oder dementsprechend auch das Bergwasser ne das ist im Prinzip genau dasselbe ja okay also pH-Wert passt er ist gut versorgt und von daher brauche ich hier nichts machen in dem Sinne düngen ne aber wie gesagt ich hole ihn nachher ran und dann gucken wir mal eben dann in dem Sinne gleich weil das ist schon eine sehr interessante Thematik er sieht kräftig aus gesund bildet wunderschöne Früchte aus hier wird es jetzt auch so das fängt jetzt an hier rötlich zu werden er ist aber noch hart denk mal es wird nicht mehr lange dauern bis die erste Reife ist dann also das sieht richtig klasse aus hier richtig klasse ja okay also wie gesagt Thema Bonsai wird sehr spannend äh spannend so okay jetzt muss ich mich aber gerade beeilen ich musste mich eigentlich schon im Auto sitzen so okay dann sehen wir uns gleich wieder in der Hoffnung dass das Wetter dann auch noch einigermaßen ja so schön ist wie jetzt auch aber der kriegt erstmal Wasser meine Lieben ich bin wieder da und ich habe den Faden verloren es ging hier um die Feige das weiß ich noch äh Thema Bonsai jetzt weiß ich nicht mal was ich vorhin im Kopf gehabt habe ja so ist das manchmal auf jeden Fall ist er gut gewachsen aufpassen dass der Pervert nicht über 7 ballert aber auch aufpassen dass der Pervert nicht irgendwann abballert deswegen das Wasser ist eben das A und O was man dazu führt dementsprechend kann man reagieren dann ist der Pervert zu hoch dann besser mehr mit Regenwasser gießen oder halt dementsprechend Osmosewasser oder destilliert sprich entmineralisiertes Wasser im besten Fall natürlich Regenwasser ganz klarer Fall draußen ähm und ansonsten wenn der Pervert zu weit runter geht dann auch mal mit Kalkwasser gießen das ist halt man muss die Nuance einfach finden das was die Pflanzen haben möchten da muss man sich darauf einspielen man kann die Pflanze nicht zwingen sagen du musst jetzt damit zurecht kommen da wird sie kränkeln und dementsprechend hast du nicht viel Freude dran das ist wichtig zu wissen so abgesehen von den Nährstoffen ganz klarer Fall ja Thema Bonsai wie fangen wir hier an es gibt zwei Varianten das eine wäre den Baum zu opfern das heißt wir würden hier eine Abmosung irgendwo machen damit wir hier nicht so lange Stange haben und lassen den bewurzeln und nehmen dann komplett die ganze Krone zur Gestaltung eines Bonsais das wäre eine Möglichkeit möchte ich jetzt aber nicht machen sondern wir fangen dann im Prinzip an mit einem Steckholz oder Steckling um daraus dann Bonsai zu machen weil den Baum an sich möchte ich schon erhalten weil ich möchte auch Früchte ernten und gucken wie der Baum sich entwickelt wie er gepflegt werden muss weiterhin natürlich auch über den Winter dann dementsprechend und wenn ich da jetzt anfange noch was Neues mit zu starten das wäre nicht der Burner Steckholz, Stecklinge Stecklinge können wir jetzt machen aber dann würden wir die Früchte opfern müssen möchte ich jetzt auch nicht also wird das ganze voraussichtlich sich aufs nächste Frühjahr beziehen dementsprechend aber müssen wir abwarten werden die Geschichte weiter beobachten denn das ist eine ganz interessante Thematik aus Feigen auch Bonsai zu machen auch in der Thematik wenn man dann anfängt mit einem Steckling oder Steckholz erstmal wachsen lassen und später dann zum Frühjahr wie wir das schon kennen eigentlich Opferast mäßig auf einer bestimmten Höhe wieder zurückschneiden wie man das eben haben möchte und dann lässt man die Geschichte wieder ein Jahr wachsen und so wird das fortlaufend über einige Jahre gemacht bis man halt einen kompakten Wuchs hat von der Pflanze selber und eben auch die Verzweigung der Stammes, Äste wie auch immer ja in dem Sinne schön sag ich es mal und nicht so ping 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 sondern richtig schön verknorrt und verknorpelt wie wir das auch von anderen Bonsai mittlerweile schon kennen das finde ich auf jeden Fall wesentlich interessanter aber wie gesagt da werden wir auch gemeinsam an die ganze Aktion dann drangehen aber erstmal gucken wir dass wir ihn ordentlich pflegen viel Sonne sowieso ganz klarer Fall und jetzt gucken wir uns noch eins an ich hatte es gerade schon ach ja genau muss ich da umbauen ja muss ich erst umbauen sonst muss ich ihn zweimal hochheben dann will ich ihn hoch nicht jetzt scheint gerade die Sonne dann mache ich mal schnell eine Aufnahme denn die verschwindet gleich wieder wir haben doch recht oft bewölkt jetzt aber ist auch okay das war nicht so gut so ist das manchmal ne so das ist unser Projekt hier mit der Keto-Paste was wir im Frühjahr angegangen sind und nach wie vor bin ich da mega begeistert von da werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr noch mehr mitmachen weil es funktioniert und das war erstmal die Thematik das herauszufinden wie funktioniert das oder welche Probleme entstehen dabei das werden wir aber noch im Laufe des Jahres verfolgen hier ist ein Samen gelandet vom Löwenzahn auf jeden Fall entwickelt es sich prächtig muss ich sagen allerdings gibt es eins ja ne ja ne ich bin mir nicht ganz sicher ob es wirklich daher rührt weil ich habe mal effektiver Mikroorganismen angesetzt und habe eine Seite damit angegossen und zwar diese Seite hier allerdings stand die jetzt auch in der Sonne wir gucken andersrum vielleicht kann man es so schon sehen hier in dem Bereich ist es etwas grüner aber das war jetzt der hintere Bereich also von daher wird das daher rühren also auch hier muss ich zwischendurch sowieso mal die ganze Geschichte drehen nicht immer einseitig beleuchten sondern sollte schon rundherum mal Sonne bekommen da wir aber nur von morgens bis Mittag Sonne haben hier in dem Bereich es hat so gegeben dass das eben nur von einer Seite drauf scheint die Sonne beziehungsweise von so nach so und halt die andere Seite dementsprechend nicht die steht dann im Schatten und da ist wichtig dann wenn man solch eine Position hat für die Bäume die Bäume zwischendurch einfach mal zu drehen ne das sollte man wissen verinnerlichen manchmal vergesse ich es auch aber irgendwann ja ist es dann so wie jetzt wieder hervorgeholt sieht prächtig aus hat sich gut entwickelt wir haben auch schon gemeinsam geschnitten hier allerdings dieses Mal nur das was lang herausgewachsen war das andere haben wir belassen damit der Baum auch Kraft tanken kann denn wenn wir zu viel daran rumschnippeln entwickelt sich das nicht richtig ne wir sehen es sieht gut aus ne klasse im Moment schneiden wir noch nicht die Triebe nämlich jetzt nicht zurück geschnitten haben die befinden sich momentan im Wachstum Wachstum also Neuaustrieb auch das sieht man auch an den hellen Spitzen hier überall die jetzt neu heraus wachsen vorher war das mehr oder weniger im Abschluss hier so wenn man es hier vielleicht noch erkennen kann da kannst du es so nicht sehen ich zeig es gleich etwas näher ähm ja die Frage ist jetzt nur was machen wir heute an dem Bäumchen oder allgemein an der ganzen Sache schauen wir mal auf der Ketopaste entwickeln sich Moose wunderschön aber hier entwickeln sich auch Moose diese langstieligen hier das ist das Rasenmoos was wir damals mit eingearbeitet haben und das möchte ich jetzt dann doch nicht drin haben ich guck mal auch die sogenannte Sternmoos ähm dass ich das jetzt abschneide hier Sternmoos ziehen wir mal raus ähm denn ja ich sag es mal so wie es ist das sieht jetzt nicht so hübsch aus ne und von daher wir versuchen mal das abzuziehen oder abzuschneiden je nachdem das scheint sich aber auch nicht wirklich zu etablieren und das ist natürlich auch schon mal ganz schön denn das Moos äh was ansonsten hier drin wächst das ist mehr oder weniger ja selbstständig gewachsen auch ne und das kann sich dann ruhig entwickeln so Dalle wo sind wir jetzt da da ist noch ein kleines Stück ach die Sonne kommt wieder siehst du wohl schön 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 ja also da gucken wir dann jetzt dass wir das dann so nach und nach mal runter nehmen hier ne denn das braucht sich nicht entwickeln das andere Moos sieht klasse aus und wir werden voraussichtlich dann sowieso ab und zu mal das Moos ähm ich seh gar nicht ob wir noch im Bilde sind die Sonne scheint gerade voll hier ins Display hallo siehst du nicht da genau da so dann nehmen wir das hier einfach weg damit sich das nicht etabliert in der Hoffnung dass es sich nicht etabliert wie auch immer ne ja okay wie gesagt da müssen wir mal gucken das ist jetzt eine Lernphase eine Lernphase für uns auch hier ne das ist also mal gucken was wir dann am Ende wachsen lassen und was nicht so okay ich zoome mal eben ein Stück zurück weil ich sehe überhaupt gar nicht hier ob man was sieht hier haben wir jetzt die eine Pflanze die wir drin gelassen haben wo ich immer noch nicht weiß was es ist sie hat auch geblüht aber ich sag mal so jetzt nicht so dass es ich sag mal schick ist ne also die kommt jetzt auch raus hier komm ich schnelle noch die Wurzeln ab hier so dann ist die auch weg und in dem Zuge brauche ich sie wohl nix hier ah das ist aber auch du ich sag halt dir ne aber okay ich versuche mal zu zuppeln wenn man es abgezuppelt kriegt wäre natürlich schön aber achten auch dass da keine Löcher reinreißen ach das geht auch guck mal das geht sogar wunderbar dann kommt das Rasenmoos dann jetzt mit raus das haben wir halt mit rein gemacht damit die Ketopaste ja wie sagt man so schön eine Verbindung eingeht mit dem Moos damit das zusammenhält sonst ja ist zumindest so ich sag mal so vorgeschlagen ansonsten würde das vielleicht bröckelig werden oder wie auch immer aber das wissen wir noch nicht weil wir das noch gar nicht ausprobiert haben anders aber gut wir haben es erstmal so gemacht wie es uns vorgegeben wurde ja okay also da muss ich jetzt auch alleine rumzuppeln das dauert sonst viel zu lange was wir aber auch noch machen ist dann jetzt die Beikräuter die hier drin sind die ziehen wir dann auch schon mal mit raus was man so einfach mal eben wegkriegt und wir sehen jetzt in dem Zuge auch dass hier das Moos anfängt sich wieder hochzuziehen hier ne und dementsprechend bleibt das hier natürlich auch alles pitschnass hier ist gerade Lebermoos und ist jetzt noch in Ordnung sag ich mal aber auf Dauer nicht weil das zieht immer höher diese Geschichte kennen wir schon es bleibt hier nass dann entwickelt sich mehr Moos dann bleibt es hier auch nass und so weiter und so fort und irgendwann haben wir alles wieder voll mit Moos und das möchte ich tatsächlich nicht mehr hier werde ich mir in dem Zuge nächstes mal eine Zahnbürste mitbringen und das ein bisschen abschrubben hier damit das schneller trocknet damit das Moos sich eben nicht weiter entwickelt ansonsten kann es ruhig hier im unteren Bereich erstmal drauf wachsen das ist okay soweit auch hier im Wurzelbereich was hier drüber wächst das ist erstmal okay solange wir die Wurzeln noch sehen wenn das zu sehr hinterher zuwächst dann werden wir das auch wieder reduzieren aber jetzt erstmal ist das in Ordnung von daher es ist sowieso noch wie sagt man so schön am Anfang das haben wir jetzt im Frühjahr erst gemacht wenn die Geschichte erstmal so zwei Jahre drin ist dann sieht das nochmal anders aus dann ist nämlich komplett hier alles wieder zugewachsen mit Moos aber dass sich das Moos hier selbstständig drauf entwickelt hat das ist eine klasse Sache also das ist total genial aber klar das geht mit der Pinzette natürlich nicht mehr Sum Sum bitte woanders hin ist so, so ist der Akku gleich auch noch wieder alle dann zuppeln wir einfach jetzt mal ab hier dann sieht das schicker aus aber vorsichtig weil wie gesagt das Moos ist hier mehr oder weniger eingeflochten in die Keto-Bastel nicht dass wir die auseinanderreißen das muss dann ja auch nicht sein in dem Zuge ach guck mal die Sonne kommt wieder so und dann sehen wir jetzt auch hier unseren wilden Wein und der macht sich richtig schick hier mit drin der darf hier verhalten einfach mit drin wachsen das ist okay so so ich drehe nochmal kurz andersrum ja wie gesagt das war es dann jetzt auch bei Kraut entfernen und dann ist das okay soweit ja also ist es pflegeleicht muss ich sagen es ist bis jetzt noch nicht passiert dass es irgendwie mal ausgetrocknet ist oder so also das hat echt klasse funktioniert auch hier sehen wir dieses sogenannte Sternmoos das zuppeln wir immer sofort raus wenn wir das sehen denn das soll sich hier nicht entwickeln in keiner Art und Weise okay das sieht schon klasse aus hat sich prächtig entwickelt wie gesagt Ziegelstein kann man darüber meckern oder aber etwa ich sag es mal so wie es ist ein Test ein Test um zu gucken wie sowas auch funktionieren kann und nun ja das haben wir ja gelernt mittlerweile und von daher tolle Sache kannst du auch einen anderen Stein nehmen wie auch immer oder du kannst auch eine Hartholzwurzel nehmen oder was was dir halt so gefällt okay warum haben wir denn diese Keto-Paste überhaupt hier angewendet um wie soll ich sagen das Substrat zu halten wo der Baum selber drin wächst die Wurzeln denn wir haben hier nochmal demonstrativ gezeigt eine flache Schale das kannst du dir auch beispielsweise als Steintablett vorstellen oder dergleiche und wenn du dann mit der Keto-Paste rundherum so ein bisschen ja so einen kleinen Hügel schaffst wo du das Ganze dann reinpflanzen kannst darum ging es bei der ganzen Thematik erstmal und das funktioniert wunderbar das klappt richtig klasse muss ich sagen einziges Manko bei der ganzen Geschichte ist du musst natürlich darauf achten dass das immer feucht bleibt also da kannst du jetzt nicht einfach mal zwei Tage gar nichts machen oder so sondern da musst du wirklich darauf achten dass das immer schön feucht ist und es ist sogar so dass es nicht übernässt und das ist natürlich auch eine klasse Sache weil es ist eben ganz wenig es ist vielleicht ein Zentimeter wo Wasser drin stehen könnte rein theoretisch auch so sein wird wenn es da mal viel regnet aber durch die Verdunstung und so weiter und so fort hat sich das im Prinzip dann ratzfatz auch wieder erledigt aber wie gesagt aufpassen dass es nicht trocken wird das ist schon ganz wichtig bei der ganzen Thematik ja okay also es ist eine spannende Geschichte insgesamt halt diese ganze Entwicklung dieses Bäumchens jetzt sehe ich schon wieder noch was hier siehst du noch was und da siehst du noch was so ist das dabei war ich gerade schon fünf Minuten zu Gange aber hier ist doch nochmal ein bisschen Lebermoos da achten wir drauf dass das immer runter kommt das ist ganz wichtig denn ansonsten ja sieht das hinterher zwar schick aus mit dem Lebermoos wenn das komplett zugewachsen ist aber kein Sauerstoff mehr und so und das ist nicht so gut und vor allen Dingen das Moos wird dann das eigentliche Moos wird von diesem Lebermoos überwachsen und das sieht dann auch nicht mehr so toll aus und ist halt auch dementsprechend kontraproduktiv auch das Lebermoos übrigens wenn das jetzt gewachsen ist sieht klasse aus definitiv auch als Fläche das kann auch hoch zusammenwachsen aber wenn es einmal trocken wird ist es trocken dann ist es braun und wenn es braun ist bleibt es auch braun das kommt zwar wieder wenn es abzupft das kommt von ganz alleine wieder aber das sieht dann eben nicht so schick aus so okay wie gesagt schneiden brauchen wir noch nichts es ist noch schön kompakt das bleibt so und wenn wir wieder dran arbeiten nehme ich euch auch hier auf die Reise dann wieder mit bei den Bäumchen so ist das ne eins zum anderen pass mal auf dann nehmen wir den jetzt mal wieder runter hier das ist übrigens ein Untersetzer von einer großen Bonsai Schale von so einer Kunststoff-Trainingsschale kann man sagen aber das ist im Prinzip auch so wie herum wollte ich den gesetzt haben ah da ja genau da war die Schnittstelle von dem Beikraut jetzt steht der Apfelbaum natürlich hier im Wege ja da muss ich auch wieder ein bisschen umpositionieren dann wenn man irgendwas mal dreht das ist halt so ne passt dann nicht so wie es vorher war logischerweise aber ist erstmal okay so was ich jetzt nicht mehr noch zeigen wollte ist der Ginkgo Biloba pass mal auf den Ginkgo Biloba ist so den haben wir im Frühjahr hier reingepflanzt musste einwachsen das hat er gemacht hat jetzt Nährstoffmangel ein bisschen ich habe auch hier das Unikorn wollte ich gerade sagen das ja genau ja genau den Dünger drauf gemacht als jetzt so viel gerechnet hatte damit er halt auch mal ein bisschen mehr Nährstoffe bekommt auch etwas langfristiger das funktioniert schon mal ganz gut das Grün wird tatsächlich auch schon stärker hier machen wir an den Bäumchen aber noch gar nichts das ist nämlich wie gesagt werden wir im Frühjahr eingepflanzt er muss einwurzeln und die Wurzeln müssen sich etablieren das heißt im Kleiddeck wenn wir jetzt anfangen würden könnte man ja jetzt so machen sieht er ist gut rausgewachsen auch nämlich wieder zurück der sich schön verzweigt und ne Gottes Willen nichts dran machen der bleibt dieses Jahr so wie er ist da wird wirklich nichts dran gemacht weil jeder Rückschnitt jetzt bedeutet auch für den Wurzelbereich dass es da auch gehemmt wird und das wollen wir nicht er soll seine Wurzeln etablieren ausbreiten die sollen dicker werden stabil werden damit er auch gut über den Winter dann dementsprechend wieder kommen kann und wenn wir da jetzt dann rumschneiden hier dann auch der Wurzelbereich wächst dann nicht richtig und er muss also richtig sich etablieren erst das heißt im Klattex hier wird wann geschnitten ja genau zum Frühjahr denn auch das sind im Prinzip jetzt Opferäste die später wieder weg kommen ne der Aufbau selber des Ganzen kommt dann dementsprechend voraussichtlich ab dem nächsten Jahr wenn das alles richtig komplett schön eingeworzelt ist dann können wir anfangen den Aufbau des Baumes selber anzugehen ansonsten lassen wir alles wachsen als Opfer in dem Sinne ne und wie gesagt zum Frühjahr kann er reduziert werden kann dann wieder raus wachsen und dementsprechend kann man dann entscheiden ob man dann mit der Gestaltung anfängt oder aber nochmal das ganze wachsen lässt ist abhängig davon wie dick man das hier haben möchte im unteren Bereich ne ob ein Wurzelansatz oder eben auch Stamm dementsprechend auch Äste so das heißt Klartext wir machen wohl nichts dran lassen wir einfach weiter wachsen so ich glaube dann haben wir jetzt auch das meiste für heute durch mal eben gucken ob irgendwas noch wichtig jetzt so wäre ich wurde gefragt wie das mit der Hydrangia aussieht pass mal auf die steht hier ähm ja sagst du wahrscheinlich auch Bonsai was ist das dann Bonsai mit langer Stange ja das ist die Hydrangia Paniculata Limelight dürfen sie dieses Jahr mal mit richtigen Blüten sehen jetzt krabbelt gerade was an meinem Arm so ok also wir hatten hier einiges gemacht vor kurzem weil ein Teilbereich kaputt gegangen ist wir hatten das ganze freigelegt bis aufs lebende Kambium und seitdem haben wir nichts mehr gemacht ja klar gepflegt gegossen und gedüngt ganz klarer Fall auch hier im oberen Bereich haben wir nichts mehr gemacht das war so heftig bewachsen alles mit Moos und so ja und das war eben auch kontraproduktiv übrigens aber ist ok mehr können wir dieses Jahr noch nicht machen da muss ich erst ein bisschen erholen deswegen lasse ich auch diese lange Stange hier wachsen damit hier durch den Baum mehr Saft geschickt wird damit das ganze dementsprechend ja vom Kambium besser wächst ansonsten wenn wir da jetzt wieder anfangen würden rumzuschneiden schwächen wir das ganze nochmal und gerade bei so Bäumen die kränkeln in dem Sinne Strauch jetzt aber kleiner Baum in dem Sinne ist das nicht so gut dass man da dann auch noch anfängt wieder rumzuschnippeln deswegen haben wir da in dem Bereich erstmal gar nichts gemacht und was soll ich sagen er ist ja auch so mal hübsch anzusehen richtig klasse muss ich sagen ok also da gehen wir dann im Frühjahr wieder dran und entscheiden dann wie wir da vorgehen man kann jetzt ja ich kann es schon erkennen aber im Bilde werde ich das nicht hinbekommen zu zeigen wie das mit dem Kambium wachstumstechnisch aussieht weil das ist jetzt alles so wie soll ich sagen verschiedene Farbnuancen von ganz hell ins Ocker also wird langsam dunkler in verschiedenen Bereichen da kannst du gar nicht erkennen wo was ist geht nicht bei dem jetzt in dem Sinn das sehen wir dann erst zum Frühjahr dann tatsächlich wenn das Ganze ein bisschen dicker geworden ist so ok also hier wird nichts dran gemacht der darf ganz einfach wachsen und blühen und sich erfreuen der steht allerdings jetzt in einer Schale weil der seufzt so viel Wasser und dann kann ab und zu mal ruhig ein bisschen Wasser drin stehen das habe ich mal anders herum gestellt weil das Ding verbraucht natürlich Wasser hier das ist ein ganz klarer Fall und wenn er trocken wird dann sehen die Blüten ganz schnell hässlich aus und von daher passen wir da ein bisschen auf dass er eben nicht trocken wird und von daher steht da jetzt in einer Schale wo dann auch mal kurzfristig im Wasser drin stehen kann wenn jetzt ein paar Tage rechnen und die Schale voll ist dann machen wir das auch mal leer klarer Fall in der Thematik noch mal kurz erwähnt im Anstau stehen im Wasser stehen ist nicht schlimm ist sogar gut aber nicht zu lange weil wenn es zu Sauerstoffmangel kommt im Wasser oder dementsprechend in dem Substrat dann gibt es Wurzelfäulnis wenn man immer frisch Wasser hat im Prinzip und das mal raus gießt dann ist das nicht das Problem weil da auch frischer Sauerstoff mit reinkommt aber wenn die Suppe zu lange drin steht dann gibt es ratzfatz Sauerstoffmangel im Wasser im Substrat in der Erde und dann gibt es Wurzelfäule so ja okay ich würde sagen das reicht für heute meine Lieben ja ne das ach ich würde damit nichts noch weitermachen aber die Problematik ist ich muss jetzt auch den Faden finden Schluss zu machen denn ansonsten das fällt mir manchmal echt schwer muss ich ganz ehrlich sagen weil man findet doch immer wieder noch was und man sagt so da muss ich jetzt aber auch mal nachgucken wie das aussieht ne hier haben wir nämlich in der Thematik noch mal kurz Pilzkrankheit ne Kastanienrost haben wir hier an 1, 2, 3, 4 Blättern es ist aber nicht weiter gewandert in dem Sinne also nicht noch mehr ist befallen die Pflanze sieht kräftig aus hat ein schönes Grün das habe ich die Messgeräte leider nicht da machen wir dann nächstes Mal auch der hat jetzt noch mal extra Dünger bekommen übrigens und ja es ist so wenn eine Pilzkrankheit da ist dann auf jeden Fall gut versorgen ja vorher schon eigentlich dann passiert das jetzt gar nicht hier war aber die Problematik er musste einwachsen deswegen durfte man hier anfangs nicht düngen ne er musste erstmal einwurzeln das hat er gemacht ist dann krank geworden hat eine Pilzkrankheit entwickelt beziehungsweise die Pilze haben eine Pforte gefunden um dort hinein zu kommen in die Blätter und da wir ihn jetzt aber gut versorgen ist damit Schluss ne das ist jetzt zum Stocken gekommen also es geht nicht weiter mit der Pilzkrankheit also wenn ein Baum gut versorgt ist ne dann kann er sich auch ja ich will jetzt nicht sagen heilen aber er kann diesen Prozess binden ne dass das nicht weiter geht mit der Pilzkrankheit weil wenn die Zellen stark genug sind also viel Silikate auch drin sind in dem Sinne dann sind die abgeschottet und da kommt der Pilz nicht rein das ist eigentlich das A und O bei Pilzkrankheiten allgemein ne gute Versorgung und dementsprechend ja funzt das dann besser so okay jetzt aber würde ich sagen wir sehen uns ganz bald wieder hier im Reich der kleinen Bäume schon schön dieses Jahr ne ah das macht richtig Spaß vorhin das Wetter ist auch so ja also es ist zwar wechselhaft so in dem Sinne ne heiße Phasen kalte Phasen heiße Phasen jetzt haben wir eine warme Phase nach einer Regenphase ist eigentlich auch für die Natur optimal wirklich optimal ne auch wenn wir lieber dann ich sag mal so den ganzen Tag Sonne haben wollen ne aber die Natur mag es lieber jetzt kriegt das leider so nicht hin ähm ne leider nicht nein weil das passt jetzt von der Belichtung nicht so wirklich doch so ne also das ist schon in der Natur das hat sich richtig klasse entwickelt jetzt ist das komischerweise irgendwie weiß belegt naja egal ist so wie es ist wenn ich jetzt gucke ist es schön knackig grün guter Kontrast ne aber die Kamera hat gerade irgendwie ein Problem wahrscheinlich weil der Himmel wieder so leuchtet durch die Wolken das ist dann so da kann die Kamera nichts mit anfangen aber okay der Natur geht es dieses Jahr richtig gut und auch die Bäume erholen sich größtenteils es sei denn die Bäume die natürlich von innen vom Holz her schon geschädigt sind die gut ne das da ist dann irgendwann Ende Gelände aber okay es läuft dieses Jahr auf jeden Fall besser das ist 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 das